hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video aus der schlafzimmerei aus hannover eurem lieblingskanal für mehr qualität im bett ich wollte noch mal passend zur jahreszeit etwas über winterdecken erzählen und der titel dieses videos heißt natürlich weil es muss ja ein bisschen catchy sein die drei besten materialien für winter zu decken daune ist das klassische material für wärme isolierung das ist halt eine gänse daune bitte keine enten daunen kaufen wem das ganze hier näher interessiert ich habe fünf sechs sieben acht videos zu zudecken materialien guckt euch die noch mal an daune an sich hat eine gute wärme isolation man braucht relativ wenig füllmenge um viel wärme zu isolieren wenn ich sagen zu erzeugen weil die wärmequelle im bett ist euer körper und nicht die decke die decke entscheidet nur wie viel körperwärme soll gehalten werden und wie viel soll ich irgendwann durchlassen bei einer guten daune heißt gänse daune diese hier unsere hat 750 kuhn diese kuhn zahl heißt so wie viel bauschkraft wie viel rückstellkraft hat die in den schwäbischen möbelhäusern findet ihr halt eben mehr federn als daune also 100 prozent daune nehmen gänse daune nehmen möglichst hohe kuhn zahl einfach mal nach fragen und dann macht man auch wärme nicht nur über füllmenge winterdecken fangen an bei 600 gramm geht los 800 gramm bis zu 1200 gramm da wird es aber dann schon richtig warm je größer die kassetten also je weniger davon desto mehr platz hat die daune um aufzugehen weniger füllmenge kleinere kassetten man steuert also über füllmenge dekhöhe und kassettengröße macht man die wärme für frostkörtel super schön leicht man merkt das zeug kaum auf sich drauf die wiegen halt nicht haben immer einen baumwoll bezug der relativ anständig ist lassen aber relativ wenig überschüssige wärme und feuchtigkeit durch also für viel schwitzer oder menschen sowieso immer warm ist ist daune vielleicht nicht das richtige material aber wem im winter auch schön kalt ist wer schön kühl schläft ist daune gut wenn man es gut macht die ist schon sehr atmungsaktiv aber die hat lange nicht die atmungsaktivität wie zum beispiel von einer kamelhaardecke kamelhaar beziehungsweise kamelhaarflaumen wie gesagt gibt es auch schon ein paar videos drüber kamele bleiben am leben werden aber ausgekämmt es ist nicht vegan ist daune ja auch nicht die gänse sind dann meistens tot und diese unterflaumenwolle die wird ausgewaschen da wird ein vlies von gearbeitet und dieses vlies wird dann in der decke verarbeitet die haben dann so einen gräulichen schimmer das inlet war mal weiß die farbe kommt über das kamelhaar tatsächlich doppellagig gemacht hier wärme klasse 4 1400 gramm kamelhaar das ist schon warm kamelhaar ist eine natürliche funktionsfaser die ist schon relativ atmungsaktiv und lässt auch was durch ist allerdings nicht waschbar daunen kann ich waschen synthetik kann ich waschen kamelhaar muss sie eine reinigung geben und 50 50 dass sie eine reinigung zerstören im bettenfachhandel kann man das auch reinigen lassen also für allergiker ist das nix kamelhaar ist auch deutlich schwerer 1400 gramm doppellagig mit zwei bezügen drin das ist was für leute die auch ein bisschen gewicht auf sich drauf haben wollen und sich einkuscheln wollen wer zum beispiel seine decke immer zwischen die knien nimmt weil das dann zu unangenehm ist ist daune vielleicht das falsche material ein kamelhaar hat hier ein bisschen substanz das kann ich dafür auch verwenden und reib es auch nicht kaputt eine daune mache ich kaputt damit habe auch keinen guten effekt kamelhaar pflaumen drauf achten auf den bezug achten wir haben hier so novis bezug drauf ganz viel tänzel drin ist halt super leicht atmungsaktiv trotzdem sehr warm und liegt schön auf einem drauf man kann sich einkuscheln gibt ja leute die mögen das möglichst leicht und andere brauchen was auf sich drauf irgendwie ist keine gewichtsdecke aber die wiegt halt schon so ein bisschen mehr kamelhaar pflaumen auf die füllmenge achten wk4 ist brutal warm kann ja nur im winter benutzen außer ich habe jetzt einen frostkörtel irgendwie zu hause mir ist immer kalt ich habe schon jemanden erlebt der hat das ganze jahr drunter geschlafen irgendwie auch im sommer bei 28 grad waren da irgendwie weil immer wärme bedarf kann kamela ganz gut kann den feuchte transport auf jeden fall besser und nicht so einen großen wärmestau jetzt kommt das schwierigste und das einfachste zugleich synthetik gutes plastik sage ich ja immer bei synthetik muss man darauf achten dass man sie nicht im supermarkt kauft die sind meistens wenig atmungsaktiv ihr kennt das diese zweiteiligen vier jahres zeiten decken die knöpfbar sind dann nehmen die männer schon immer die dünne seite und schwitzen trotzdem drunter weil diese synthetik einfach nicht atmungsaktiv ist hat man wärmestau es gibt halt eben gutes plastik und nicht so gutes plastik wie bei allen dingen halt eben auch hier ist so ein fließt das baust halt sehr stark auf über bauschen kann ich natürlich wärme speichern wird sofort warm auf der hand könnte im video jetzt nicht fühlen ist aber so hatten ähnlichen effekt wie daune also ist eigentlich von der wärmehaltung und isolierung kann ich mit einer guten synthetikware wenn ich halt eine coole faser habe die überschüssige wärme und feuchtigkeit auch durchlässt das heißt funktionsfaser funktionsfaser steht aber fast überall drauf weil die leute super der hat damals gesagt funktionsfaser soll ich kaufen ich will es trotzdem drunter weil das zeug gibt es ihnen gut oder nicht so gut da bleibt auch die kohle auch hier beim bezugstoff darauf achten es gibt welche irgendwie die sind 95 grad waschbar die haben dann ein voll polyester bezug also mikrofaser mikrofaser hat hier als oberbezug überhaupt nichts verloren weil das lädt sich statisch auf das knistert die leute die betten beziehen mich hat meine angeschrieben irgendwie irgendwas sind das für blitze das ist voll synthetik ob die jetzt schaden oder nicht ist egal aber ist nicht cool dass nur aus plastik zu machen das heißt plastik innen drin baumwolle obendrauf oder im idealfall bei viel schwitzern sportlern haben wir auch hier nobes bezug drauf mit tänzel witzig das ist der gleiche stoff wie der nur hier ist weiße synthetik drin und hier ist braunes kamelhaar drin ist der gleiche stoff beides ist der nobes bezug irgendwie von unserer lieblingsmarke müssen wir werbung kennzeichnen müssen wir nicht na egal also die machen das halt eben hier vernünftig auch die hier doppellagig wk4 wiegt aber die hälfte von der kamelhaar decke ist ungefähr so leicht wie die daune also leute die früher gut unter daune geschlafen haben jetzt eine allergie entwickelt haben vielleicht nicht auf kamela umsteigen sondern eher auf eine gute synthetikware wir bieten ja auch eine super online beratung zu zudecken an übrigens aber wir müssen raumtemperatur wir müssen menschen kennenlernen was hat ihr für ein typ was braucht ihr für material lasst euch gerne beraten aber voll plastik ist doof kamelhaar gibt es auch ohne flaumen dann heißt es kamelhaar ist ein bisschen steifer riecht auch ein bisschen vielleicht nicht so geil kamelhaarflaumen ist teurer warum wohl weil es aufwendiger ist herzustellen bei daunen gilt das gleiche es gibt daundecken für 59 euro irgendwie aus china kannst auch bis zu 4000 euro ausgeben für eine eiderdaune bringt dich auch nicht weiter aber irgendwo dazwischen gibt es gute daundecken auch in der richtigen füllmenge und dann klappt das auch wie dick das ganze sein soll und was euch da irgendwie am leben erhält im winter ohne dass ihr friert und ohne dass ihr schwitzt da braucht ihr beratung für das kann man nicht einfach so nach text es wird meistens nichts deswegen auch da beraten lassen zudecke ist teuer begleitet euch aber auch zehn zwölf jahre manchmal 15 das sind die zeiträume über die wir reden bei guten zudecken so jetzt kann keiner sagen scheiße das habe ich nicht gewusst weil ihr habt das video gesehen dann viel erfolg oder bis bald in der beratung schlaft gut und friert nicht und schwitzt nicht schöne winterzeit bis bald